Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Wieder dabei ist meine Wenigkeit, der Sergeant Pemi, der alle fistet. Oh ja, unsere, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, unsere hochschwangere Felix ist auch dabei. Du meinst Fist-Empfänger, du Arschloch. Ja, guten Tag. Und unser Matsumaru ist dann natürlich auch wieder dabei. Okay, nein. Ich rutsche. Und wir haben schon ein Spiel gefunden. Okay, das war die falsche Ritze, mein Freund. Nee, ich rutsche, ich fliege rein. Nicht wundern, liebe Zuschauer, Felix wirkt gerne mal, weil er sich alles gerne vorstellt, wie er es denn gerne haben möchte, ne? Nein, ich wirke, weil mir schlecht ist und nicht das, was ihr jetzt gerade denkt, was ich tun würde. Hm, hm. Was hört sich aber so an? Hättest du wohl gern. Nee. Zuschauer, bevor ihr kommentiert, ne? Einfach vorher euer Alter ausblenden, weil es könnte sonst gefährlich werden. Ach, reicht. So, erster Ballkontakt, erster Ball getroffen und dann bin ich schon zufrieden für euch. Machst du's jetzt? Nein. Ach, komm. Verdammte Scheiße, Jesus, Maria und Joseph, ey. Ja, genau, genau, so wollte ich... Ach, schade. Verzieh dich, du Afterdrainer, ey. Afterdrainer, den musst du mir langsam mal wieder zurückgeben, ne? Ja, was macht man mit solchen großen Arschlöchern? Hinter dem Busch Blitzen stellen. Äh, jetzt wird er teleportiert. Oh, Mann. Uuuh. Da, 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 da. Wow. Wow. Juhu. Nee, hier wirst du nicht. Könnt ihr den Ball mal ein fliegerisches Tor befordern? Ja, da sind wir bei mir. Oh, folgt ihr mich? Falls Spaß macht, du wirst so schlecht. Wir sagen, wirst du einfach mehr. Jammelvoll. Felix? Ach, komm. Doch, es ist wahr. Das ist Wahnsinn. Warum schick ihr mich? Der Eber wird dich bestrafen. 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 Nein, voll. Yeah. Hey, hey. Nein. Oh, jetzt spring rein, da. Nein, los. Nee. Wollte gerade sagen, weißt du, wie der so, so ein Zeug hat. Das ist blöde Magnet, ey. Ich brauche noch was. Ich trinke auch schon. Das dritte ist. Oh, mir wird schlecht, ey, wenn ich dran denke, dass diesen Samstag Arbeit angesagt ist. Versteht ihr das? Banane. Ich will. Banana. Oh, Banana. Was willst du eigentlich? Du musst doch nur vier Stunden arbeiten. Was ich will? Ja. Samstag nicht arbeiten. Ach, was? Ich auch nicht. Aber das muss. Ach, Bacca Cacca. 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 Wieso, mit euch zu verlieren, macht keinen Spaß. Hm, hm. Warum nicht? Nicht so. Bacca Cacca. Bacca Cacca. Was denn? Komm schon, wir müssen wenigstens... Oh, komm. Yeah. Boah. Ich dachte auch, cool aus. Das sah sehr nice aus, aber... Hm, hm. Ich verstehe nicht, was das hier soll. Das ist doch nicht wahr. Warum schickst du mich in die... Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Nein. Jetzt kommt es hier rein, ey. Willst du dich verarschen? Nein. Guck. Natürlich willst du dich verarschen, ey. Ja. Alles gut, Felix. Wollt ihr mit Ball nur den nötigen Nöt... Nö, 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 nö. Baum. Bam, bam. So. Tor ist frei. Und ihr schafft nichts. Nö. Das ist... Das sah so schön aus, Matze. Ja. Heute ist nicht mein Tag. Oh, nee. Oh, nee. Äh, was soll diese Kacke hier? Der Banane. Der Banane. Der Banane. Raus. Ach, wat? Au. Ja, komm. Hehe. War wieder rausgepumpelt. Rausgepumpelt. Was machst du? Ey, geiler Pass, Junge. Ich mein, Matzes Pass war gut und dein Pass war so... Ja, ich hab den gerettet, dass du den reinmachen kannst, ja? Also. Es war ein Versuch, den reinzumachen, aber irgendwie ist das... Nein, das war einfach nur ein Pass zu dir. Nein, hier wird nichts getradet. Oh. 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 Oh, die sind genauso wie zu dir. Ja, das ist schon mal... Ja, macht mich kaputt. Ah, nicht mit mir, ich bin ein guter To... Du hast ihn mal getroffen? Ja. Ja. Oh, mein Tümpel reißt immer. Ja. Ich hab nur ein Problem, wenn der Ball ein Millimeter über dem Boden ist. Wenn Bodenkontakt besteht, treff ich. Wenn der Ball rollt, meinst du? Oder stehen bleibt, oder? Ja, das auch. Und es muss Bodenkontakt bestehen, dann bin ich schon zufrieden. Mhm, mhm, mhm. Und Tor! Boah, nein! Ui! Ja, der beste Tochter von allem. Hä? Was machst du da? Was hat das denn jetzt? Einfach nicht sagen. Ist okay. Äh, ohne Worte. Ohne Worte. Nun geh da rein, Alter. Ach ja. Kein Kommentar. Ach, Kommentare sind gut. Schatten ein paar. Ja, Kratos, mal Ready drücken und die ganze Zeit chatten. Ich bin nicht am chatten. Du kannst deinen Chef auch am Wochenende noch besuchen. Du überschreitest hier gerade eine Grenze der Freundschaft. Ach, warte. Die hast du schon längst überschritten bei deinem Chef. Du hast auch nicht mal einen Latten an der Birne, hä? Nee. Nee, aber in der Hose. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Da, 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 da. Da, 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 da. Das klappt nicht hier nicht. Nicht, nicht. Nicht, nicht. Ach, oh. Two, one. Und lass uns jetzt Krust gewinnen. Ja. Okay. Ho, 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 ho. Das war auch nicht gerettet. Das war nur... Doch, der war gerettet, Alter. ...extrem beschissen abgefälscht. Ja. Was? Der ist an mir abgeprallt, obwohl ich Stachel habe. Boah. Da, nee, das. Wieso sieht das da wieder anders aus? Hm. Das ist dein Wunschdenken, weißt du? Hm. Du siehst das, was du sehen willst. Oh, schieß. Nice. Okay. Da muss man dir auch noch helfen. Weide Güte. Wir haben eine Chance. Abwarten. Abwarten, Felix. Das ist bloß nicht so laut. Ah. Was meins. Das ist... Warum habe ich irgendwie das Bedürfnis zu singen? Ich glaube, ich muss mir was Schönes zu süffeln holen für das Wochenende. Das war aber knapp, Minji, Jungs. Warum wer uns jetzt hier? Jungs. Ja, jetzt sagt nichts, was los hier, sondern wir müssen gewinnen. Aber... Caveman. Warum bist du ein Höhlenmensch? Höhle, Höhle, Höhle. Ach, der ist da. Ich dachte, der wäre nicht da. Schade. Nee, ist ein Bob gewesen. Der ist immer da. Doch, Bimi. Hast du es gesehen? Schleuder. Gang, 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 gang. Gegend. Nee, Junge. Das ist wohl in Ordnung. Mama, 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 Ruh. Deine Mama ruft, ne? Dann geh mal die Weile nach. Ey, vielleicht sollten wir echt mal, äh... Was? Ja. ... Tage ein, zwei Spiele so normalen Models abzudieren. Ja, das darf ich vielleicht auch mal. Ich glaube, das könnte... ... so, oder was? Nee, 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 nee. War ja nicht mehr übertreib. War normal. Ohne das Gegenstände, weißt du? Ich glaube, das... Ist das überhaupt noch jemand? Tut mir leid. Gut, dass ich heute schon gelacht hab. Hehehehehehehehehehehehehehehehehehe. Ich habe mich geweint. Gleich. Hehehe. 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 Ach, ja. Hier, wenn keiner von uns anfährt. Der bleibt da. Okay. Solange wie möglich nicht verlieren. Boah. Ja, genau. Gibt's mehr. Immer mit der Schuhe. Der Ball kommt. Ich krieg Angst. Ich krieg Angst. Ja. Weg! Dieser Backnit. Nein! Oh Mann! Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ah! Das war... Waa? Eine gute Kombination of false, false, false. Ah, okay. Ja, okay. Very nice, very nice. Ja, ein bisschen Team-Play muss ja sein, ne? Ja, Absprache. So geht das. Absprache! Felix! Links! Rechts! Geradeaus! Banane! Franzose! B-B-Banana Baguette! B-Banana Baguette? Du hast gesagt Banana, Franzose. B-Banana Baguette! Ja, weil wegen Brückkeitsgang war ich so. Ich hab... War das Italiener? Wer war das nicht? Nein! Oh, oh. Oh, ich habe... Wie gibt's da sogar Reifenspuren im Schnee, Alter? Das ist ja der Hammer! Holy Shit! Wot? Lass mich den Ball nehmen! Ja, dann... Tu's! Hm? Ha? Furt ja! Mein Plan geht auf! Ich fahre im Kreis! Huiiii! Ah, komm, da muss ich ihm jetzt ja gehen, ey! Uuuuiiii! Ah, sehr nice! Das war... Ich wolle wohl ihn reinköpfen! Okay! Dabei! Ooh! I hope we have the luck! Uh ... A Luck! Ah, yeah, yeah! Okay, okay! Oh, Alter, der ist gut. Der kam wirklich. Du bist echt weit gekommen mit dem Bar, ja. Oh, ins Tor. Ja, ich habe gleich keinen Boost. Aha. Jo. Tor, oh, 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 oh. Oh, der schenke ins Tor. Der kommt in die Grain. You cannot pass. Oh, you shall not pass. Nichts für Schal. Schal kannst du im Winter tragen. Ja, danke. Ja, mal Doppelfaust. Ich will an der Faust. Ja, wirklich. Gib mir dein Faust ins Gesiecht. Näh. Das ist mir dann doch lieber ein bisschen zu eklig, weißt du? Dein Gesiecht? Das geht gar nicht. Oh, das ist schön. Gar nichts dafür. Ja, bitte hier, Alter. Geht weg, ihr Geier. Geier? Ich ziehe ihn wieder hin, ja? Da kommt der. Da kommt der hier. Heißt du, mich dafür fertig machen, als ich meinen Dings mal ausgefahren habe? Du bist fertig, Felix. Du bist fertig. 3-4-1. Solltet ihr jetzt oben da, wo jetzt Gewinner steht, irgendwie Zensierbalken sehen, ist das gar kein Problem, weil das würde eh keiner glauben, dass wir gewonnen haben. Okay, meine lieben Zuschauer, wir sind hier weg. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.